Dann würde ich sagen, das Kabel dahinter legen. Das Ding ist, das war nur klar. Die sprechen das lieber ab und nichts sind da, weil die werden es da drauf packen. Und wir gucken, Karl, nicht auf den Rasen. Okay, dann mache ich es erstmal mit dem Team hier. Ihr werdet dann gleich, oder später mit den Spielern, auf den Rasen laufen. Und zwar bleibt ihr erst hintereinander und dann stellen sich alle Spieler quasi so längst neben. Okay, stopp. Okay. So. 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 Zack. Jetzt auf einmal ja. So. Ja, da ist ja ein bisschen drauf. Die Beste ist klar, ja? Das kommt die Tafgäste und das ist mir nicht amit. Das passt jetzt. So gut ist es, wie wir noch mehr waren, wenn Sie ja die nächste Spiel, die man so mit dem Ganzen gesehen hat, zum Beispiel waren die die ja ausgefangen, und gerade die Bayern, die natürlich wissen, dass wir trüben und haben sich nicht mehr zu müssen. So gut ist es, wie wir uns gerade geprobt haben in einer Reihe, dann bleibt ihr so stehen. Okay, da wird nicht mehr getauscht, oh da ist Qurani, da will ich jetzt hin, oder oh da ist Oli Khan, da will ich hin, das gibt es nicht. Ihr selber wissen nicht, in welcher Reihenfolge die auflaufen, das ist dann ein bisschen Lotterie, und da müsst ihr euch dran richten. Wann sollt ihr zurücklaufen? Wenn Sie winken. Für euch winken ich. Und Team Gelb? Wann muss Team Gelb zurückkommen? Bei Anto. Bei Anto. Alles klar. Und Matthias, und ihr bei der Nationalhymne bleibt ihr davor stehen, okay, und dann dürft ihr winken, bleibt der Nationalhymne. Und dann winken wir euch. Wir haben die Zeit. Okay, alle zuhören bitte. So bleibt ihr jetzt gestehen, es wird nicht mehr getauscht. So bleibt ihr jetzt gestehen, es wird nicht mehr getauscht. Team Gelb, nochmal zuhören, ihr bleibt jetzt genau so wie ihr seid, ja, jetzt gibt es keine Veränderungen mehr. Okay, ihr hintenbleiben, das sage ich auch nochmal, ihr könnt, ihr müsst jetzt runter, nicht, ne, weil da geht, ihr könnt, ihr geht auch in einer Reihenfolge und dann unten im Tunnel stellt ihr euch nebenan. Dann kriegt ihr zusammen ein Spiel, ja. Scheiße. Wir hatten gesagt, wir schwingen uns einstecken. Und nicht draußen. Denkt gerade, das kriegt doch nicht nochmal. Lachen draußen. Ja, freut mich. Ich höre es eben aus. Junnen, macht keine Dummheiten. Ah, ich muss reinigen. Ich bin mal geben. Scheiße, genau. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir können wieder anlaufen, ganz langsam. Gut. 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 Achmed Achmed